Schach Hallo, herzlich willkommen zu diesem Jessimi-Videokurs über die Grundlagen des Schachspiels. Schach, das königliche Spiel, das Spiel der Könige, das ihr schon immer erlernen wollt, aber noch nie erlernt habt? Dann seid ihr in diesem Videokurs genau richtig. Aber zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Lena Kühle und ich spiele schon mein ganzes Leben lang Schach. In fünf Jahren habe ich das Spiel von meinen Eltern gelernt und es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich bin in den örtlichen Verein eingetreten und habe meine ganze Kindheit und Jugend mit Schach verbracht. So habe ich jedes Jahr an den deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften teilgenommen und auf vordere Plätze erzielt. Mein größter Erfolg war hierbei ein dritter Platz in der U14, wonach ich bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Antalya teilnehmen durfte. Nach meiner Jugend habe ich meine schachliche Karriere etwas zurückgefahren, habe aber weiterhin in meiner Mannschaft gespielt. Außerdem habe ich währenddessen stets das Kinder- und Jugendtraining in meinem örtlichen Verein geleitet, das ich nun seit über zehn Jahren mache. Außerdem war ich öfters mit Sebastian Siebrecht und seiner Faszination Schach in Deutschland auf Tour und konnte zahlreiche Kinder für das Schachspiel begeistern, ob sie nun schon die Regeln konnten oder wirkliche Beginner waren. Nun stehe ich kurz vor meinem Abschluss des Lehramtsstudiums für die Fächer Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften und Geschichte. Außerdem habe ich gerade meinen C-Trägler-Schein angefangen und werde diesen hoffentlich bald erfolgreich abschließen. So viel zu mir. Nun möchte ich euch zeigen, was euch in diesem Kurs erwartet. Vor euch seht ihr das Schachbrett. Ihr werdet lernen, was die Aufstellung ist und auch wie die Figuren ziehen. Wie der König zieht, die Dame zieht, die Läufer, die Springer, die Türme und auch die kleinen Bäuerlein in der Front. Außerdem werdet ihr erfahren, was Schach ist, was matt ist und was patt ist. Ihr werdet erfahren, was die Ruchade ist und was Operson ist. Zwei Züge, die vielen Läufer-Schachspielern nicht so gut bekannt sind. Da könnt ihr gut auftrumpfen. In eurer Partie, mit Freunden oder auch online. Also, dieser Kurs ist geeignet, wenn ihr die grundlegenden Regeln des Schachspiels noch nicht beherrscht. Er ist geeignet für Kinder wie auch für Erwachsene. Denn ich werde euch in anschaulicher Form erklären, wie ihr eine Schachpartie regelkonform spielen könnt. Ich wünsche euch sehr viel Spaß für diesen Kurs.